Wir haben neue Büroräume angemietet hier am Untenende direkt schräg gegenüber vom Rathaus in der Sparkasse Emsland, Geschäftsstelle Untenende und zwar im zweiten Obergeschoss im Turm. Das sind sehr interne Bereiche, im Wesentlichen sind natürlich die Kollegen und Kolleginnen betroffen, Bewerber und Bewerberinnen, aber die melden sich ja meistens per E-Mail, Internet, Internet und insofern wenig Außenwirkung. Dadurch, dass wir ausziehen, schaffen wir Platz fünf Büroräume, das ist Platz für zehn Mitarbeiter. Ab September beginnt eine Baumaßnahme, eine Neuverkabelungsaktion im Rathaus und somit haben wir dort auch Rotationsfläche für die anderen Kollegen. Also wichtig ist die Verkabelungsaktion, weil wir dringend eine neue Telefonanlage brauchen. Wir möchten im Jahre 2016 mit dem neuen Dokumentenmanagementsystem anfangen und unsere Leitungen sind einfach total veraltet, Elektro und auch die IT-Leitungen und insofern muss da dringend was getan werden. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.